Von Verdi, dem Pzirske, den Hürste, denn wirst du verrückt und denkst, was will denn der? Hallo, mein Name ist Frank Lüdecke und wir haben ja die Stache Schweine übernommen und wir haben ein neues Ensemble gecastet und die sitzen jetzt hier. Miriam ist die Regieassistent, die steht ja nicht auf der Bühne. Und dann haben wir hier das Ensemble. Das Ensemble, das ist Julian, Steven und Melissa und die werden demnächst dann hier auf der Bühne sein und spielen. Heute war das Fernsehen da, aber das ist für uns. Also da drüben liegt das Foyer in Schutt und Asche und das Fernsehen war da. Ja und wir haben gerade erst angefangen zu proben. Also wir haben jetzt so getan, als wären wir schon total drin in den Proben. Aber wir freuen uns total und das wird der Hammer. Unbedingt koppeln. Also ich habe nicht so getan, ich tue nie so, ich bin so, ich bin das. Sorry. Sehen wir den okay an? Ja, das sagen die immer. Das sagen wir dann immer, da glänzen wir und es schrecklich und alles. Und dann sieht man sie und denkt, wieso hat denn keiner gesagt? Wie sieht der denn aus? Der Kragen schlägt dann alles. Der hat mir der Kamerammer gesagt, sieh, alles okay. Und dann stand sie nicht stehen. Und ich sah das Programm Kreishauptstadt Berlin und ich war so begeistert, wie gut man ein Kabarett machen kann. Und da hatte ich gedacht, das werde ich auch eines Tages machen. Dass ich natürlich jetzt diesen Raum hier und dieses Theater mit meiner Frau übernehme. Unglaubliche Geschichte. Also die einen sagen es mutig, ich würde sagen es ist unvernünftig. Aber ich denke das Haus ist es wert. Was gibt's? Sauna. Mach mal was. Mach mal was. Mach mal was. Mach mal was, Alter. Den hörst du, denn wirst du. Nicht den wirst du. Ach so. Den hörst du, denn wirst du verrückt. Also den hörst du, denn wirst du verrückt. Verrückten. Weißt du? Den wirst du verrückt. Verrückten. Ich bin an der Geschäftsmann. Jetzt unterstützt Dieter Hallervorden auch dieses Projekt und er wird hier auch auftreten. Worüber ich mich sehr freue. Aktuelles politisches Kabarett in zeitgemäßer Form. Das politische Kabarett ist keineswegs tot. Es wird immer tot geredet. Es war zu allen Seiten tot. Es ist schon tot auf die Welt gekommen. Es läuft nach wie vor und Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen, das interessiert alle Leute. Und natürlich hat sich der Begriff des Politischen gewandelt und da müssen wir uns auch verändern. Aber das Kabarett an sich, das lebt und das werden wir hier auch hinkriegen. Hier ist unglaublich viel Tradition und ich finde eine solche Tradition muss man auch unterstützen, muss man erhalten. Als alter Westberliner hat mich das irgendwie gepackt, muss ich sagen. Ich war der Ansicht, das muss man einfach weitermachen. Es muss gerettet werden. Junge Leute, Nachwuchskünstlerinnen und Künstler ans Haus zu binden, zu öffnen. Hier kommt eine kleine Nebenbühne hin. Alles mögliche kann dort gezeigt werden, von jungen, auch von älteren Leuten. Und wir freuen uns dadurch, das Publikum zu erweitern und sind irre gespannt, wie es jetzt dann losgehen wird ab dem 31.08. Genau, wir werden uns auf jeden Fall öffnen. Man kann auch tagsüber einen Kaffee trinken oder ein Getränk zu sich nehmen, Internetzugang. Wir werden eine tolle Ergänzung sein für das Angebot, was es hier sonst noch gibt. Ein echter Gewinn für das Europacenter. Ja, auf jeden Fall. Steven hat ja jetzt schon Werbung gemacht, das macht er immer. Er quatscht alle Leute an auf der Straße. www.stachelschweine.de Schaut vorbei. Deswegen ist er überhaupt hier. Das Problem beim Kabarett ist ja, dass man im Grunde, man kann es so gut einstellen, wie man will, man braucht ja Publikum. Und dieses Publikum muss einfach kommen und wir sind wirklich darauf angewiesen und wir rechnen hier wirklich mit jedem. Also kommt und unterstützt uns. Wir brauchen es, weil das Foyer liegt ja in Schutt und Asche. Das muss ja alles bezahlt werden. Ja, wir arbeiten auch schon richtig hart hier, wie man sieht. Ja. Sitzen hier, trinken Kaffee. Das ist harte Arbeiten. Und wir warten auf dich, komm vorbei. Ja, ihr solltet das auch teilen und liken, bitte. Auf jeden Fall dieses Symbol mit dem Klicken und... Und drunter oder drüber oder links oder rechts gibt es einen kleinen Weiterleiten-Button. Notausgang? Achso.